Das ist Oskar, der furchteinflößende Wachhund der Familie Bösling. Und das ist Birgit, eine furchtlose Einrichtungsexpertin von Ikea. Hallo Oskar! Birgit ist heute zu Besuch bei Cornelia. Cornelias Flur braucht dringend ein paar gute Ideen. Oh oh, das ist aber rummelig. Und der Garderobenschrank platzt auch aus allen Nähten. Selbst Oskar ist genervt. Und außerdem könnte ruhig mal ein bisschen Farbe rein. Wir machen uns gleich an die Arbeit. Schwedenrot, das passt doch gut, oder? Und jetzt wird aufgeräumt. Ska zieht nämlich ein, der neue Schuhschrank. Ja, da lacht das Frauenherz. Und das Hundeherz natürlich auch. So wird ein Schuh draus. Sieht doch gleich ganz anders aus. Und was da alles reinpasst. Noch eine extra Garderobe an die Wand geschraubt. Und das Chaos ist endlich unter Dach und Fach. Cornelia ist ganz hin und weg. Jetzt hat sogar Oskar seinen eigenen Platz. Wuff!